Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, da sind wir also in Pitax angekommen und ich bin sehr gespannt, was auf diesem Turnier hier passieren wird. Ob wir es möglicherweise gewinnen werden, ob es sich überhaupt lohnt, es zu gewinnen, keine Ahnung. Ich bin wirklich mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ich habe unsere Truppe mit Sicherheitshalber auch schon mal auf mögliche Kämpfe vorbereitet, wobei es sollen ja hier eigentlich keine Kämpfe stattfinden. Die Scheiden sollen ja zugeklebt werden, wie der König es formuliert hat. Nun ja, eine Sache habe ich mir nochmal angeguckt, warum Octavia die Zauber nicht hatte. Ja, ich hatte ihr natürlich diese neuen Zauber, die sie gelernt hat, noch gar nicht ins Zauberbuch übertragen. Das habe ich jetzt ein bisschen nachgeholt. Die hat sie jetzt natürlich alle nicht aktiv. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht gleich zum Äußersten. Ansonsten müssen wir demnächst einfach nochmal übernachten. So, und jetzt werden wir uns hier mal gemütlich umschauen. Erstmal gucken, wen wir hier so treffen, was hier so los ist, bevor wir irgendwas überhaupt tun. Nun, denke ich mal, prüfen wir jetzt erstmal hier die gesamte Umgebung. Aha, hier haben wir Gäste aus Miwon. Okay, geht oder ich rufe die Wachen. Ich sehe übrigens gerade hier die Aufstellung, die ist nicht ganz korrekt. Wir müssen hier nochmal den Hund mit ihm tauschen. Halt, nee, das geht gar nicht so, wie ich mir das denke. Oder kann man das hier auch tauschen? Warte mal. Kann ich den hier nach vorne ziehen? Nee, geht nicht. Dann müssen wir das in der Aufstellung tauschen. Machen wir das so, so und so. Ja, Octavia kann ruhig hinten stehen. Im Zweifel kann sie sich nämlich verwandeln und kann da auch ordentlich ein bisschen was erreichen. So, was haben wir hier? Ein pitaxianischen Wächter und ein Händler. Mal schauen, ob irgendwas Besonderes hat. Schwerter Rüstungen aus bestem Miwon Stahl. Ihr bemerkt, dass Valerie eine der Klingen auf dem Stand des Händlers ansieht und ihre Augen dabei mit fast kindlicher Faszination leuchten. Sie scheint ihren Blick gar nicht davon lösen zu können. Habt ihr etwas Interessantes entdeckt? Hm, nein, nichts Besonderes. Nur seht ihr das Zeichen auf diesem Schwert? Es gehört dem Meister, der meinen ersten Schwertkampflehrer mit Übungsschwerten beliefert hat. Das allererste Schwert, das ich je in den Händen hielt, trug dieses Zeichen. Ich werde mich mein ganzes Leben lang an dieses Symbol erinnern. Ich hätte nie gedacht, dass ich das Zeichen noch einmal sehen werde. Valerie lächelt. Ihre Augen sind glasig, ob der schönen Erinnerungen. Okay, jetzt werden wir ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen wie der Gutmachung machen und betreiben, dass wir sie eben so ein bisschen, naja, auf Kosten diplomatischer Etikette im Stich gelassen haben. Verbal, ihr erinnert euch sicher. Deswegen kaufen wir das für sie. Ich möchte, dass sie immer so lächelt wie jetzt gerade. Valerie errötet, beschämt aber glücklich, während sie entschieden ihre Hand auf die Deine legt, als du nach deinem Beutel greifst. Danke, aber das ist vollkommen unnötig. Der Schwertschmied wäre sicher nicht erfreut zu wissen, dass sein Werk nur herumliegt, wenn es stattdessen jemand anderem treu dienen könnte. Es war einfach nur schön, mich an diese Tage zu erinnern und die Gelegenheit zu haben, diese Erinnerung mit euch zu teilen. Das tue ich selten, vermutlich nur mit euch. Sie wirft einen letzten Blick auf das Schwert und tritt dann von dem Stand zurück. Gut, wir gucken trotzdem mal an, was er zu bieten hat. Wir haben immerhin 151.000. Schauen wir mal, Preis absteigend. Was hier so los ist? Das ist ein Speer, das interessiert uns alles nicht. Ein Kampfstab, ein Krummsäbel, ein Kompositbogen. Warte mal, können wir das mal vergleichen? Elektriheit, Laune heißt das Ding. Ja, ist natürlich nicht so gut. Fürchterlicher Lachanfall, ach, solche Geschichten. Ich ahne schon, was hier auf uns zukommt. Eine schwerere Adamant-Ritter-Rüstung plus 4. Aber ich glaube, auch das kann nicht mithalten mit der Todes-Zermalmer-Ritter-Rüstung. Nein, auf keinen Fall. Eine zweihändige Keule. Zweihänder-Tongi. Ja, das haut mich jetzt alles nicht sehr um. Schwere Armbrust plus 4. Warte mal, unsere Armbrust, die wir hier tragen. Achso, wir haben ja diese Blitz oder was weiß ich. Ne, die ist auch besser. Was hat Octavia? Die hat einen Bogen. Die hat auch einen ganz guten Bogen eigentlich. Ja, eine leichte Armbrust. Was hat Lindsay eigentlich für eine? Die leichte Blitzarmbrust. Hm, wartet mal. 9 bis 19 werden ausgerüstet. 11 bis 18 werden ausgerüstet. Hat halt eine bessere... Ja, ich bleibe aber mal Blitz. Ich finde halt so ein schöner Elementareffekt ist immer noch was Besonderes. Gut. Ja. Okay, das sind alles plus 4 Waffen. Gibt es noch irgendwas? Achso, Rüstung gibt es auch. Haben wir? Ich weiß gar nicht. Haben wir irgendwo Standardkram, den wir hier auf diese Art und Weise noch verbessern könnten? Aber ich glaube, Standardkram ist kaum mehr bei uns irgendwie vorhanden. Selbst die Rüstung von Octavia ist kein Standardkram. Ne, dann würde ich sagen, nicht schlecht. Aber für uns jetzt hier keine wirkliche Verbesserung. So, hier geht es offenbar nicht weiter, wie es aussieht. Oder kann man hier noch weiter? Ne, da kommt man nicht hin. So, wir werden natürlich auch hier nicht plündern oder sowas. Das tun wir nicht. Wobei, man könnte natürlich reingucken, weil wieder irgendwelche Teile sind. Das ist das Einzige, was ich wahrscheinlich stehlen würde. Aber eigentlich liegen die nie in öffentlich zugänglichen Kisten rum. Also, diese Sammelgegenstände habe ich zumindest die Erfahrung nicht so gemacht. So, was haben wir hier unten? Ein weiteres wunderbares Zelt. Ah, es geht sogar hier noch weiter runter. Das scheint eine wirklich riesige... Okay, da sind wir hergekommen. Ich erzähle Quatsch. Aber es scheint trotzdem ein riesiges Gebiet zu sein. Und wirklich, also man muss schon sagen, Geschmack haben sie hier. Schön, schön geschmückt alles. Carnevereil. Die gelben Blut unter laufenden Augen, das Gnome mustern nervös die Gesichter im Raum. Welcher Raum? Egal. Er bemerkt dich und greift nach seiner versiegelten Scheide. Was? Wer seid ihr? Oh, ihr seid's durchlaucht. Vergebt mir, ich habe euch nicht erkannt. Es ist mir eine Ehre, wirklich eine große Ehre. Ich bin Carnevereil, ein einfacher Händler. Hm, der kommt mir jetzt komisch vor. Wer seid ihr? Ich habe es euch bereits gesagt. Die Stimme des Genoms wird lauter und aggressiver. Ich bin nur ein einfacher Händler, nicht reich, nicht adlich. Warum sollte ein König sich mit mir abgeben? Es gibt keinen Grund. Das klingt nun mehr als verdächtig. Ähm, was verkauft ihr? Was interessiert euch das? Fische und dergleichen? Wen sollte ich eurer Ansicht nach hier besuchen? Niemanden. Jedenwoher soll ich das wissen? Ich bin nur ein einfacher Händler. Lasst mich in Ruhe. Naja, wir werden ihn jetzt nicht angreifen, aber der verhält sich natürlich mega, mega auffällig. Hier geht es zumindest weiter. Aha, hier ist ein Flüsschen. Und hier unten? Kommen wir nochmal hinter die Zelte. Aber offenbar gibt es hier keine weiteren Geheimnisse. Gut, immerhin grenzt der Fluss so ein bisschen das Aktionsgebiet ab. Okay. So, wir sind jetzt irgendwie hier ein bisschen hinter die Kulissen geraten. Egal. Checken wir das erstmal alles aus. Wie gesagt, wir gucken nur, wir klauen nicht. Ein Pfad zu vortrefflichem Ruhm. Ingeborg, Ingewort, der goldene Federkiel, Professor und so weiter. Hm, warte mal, das ist vielleicht ganz interessant. Wir lesen das mal. Also. Und welches Land, welche Stadt hatte die Ehre, die Geburtsstätte unseres großartigen Königs, des unvergleichlichen Castruccio Erovetto zu sein? Diese Frage ist schwieriger zu beantworten, als es den Anschein hat. Man geht gemeinhin davon aus, dass er aus Numeria stammt und das Sternenfall seiner Heimat ist. Aber seine noblen Gesichtszüge deuten auf eine Verbindung zum Adel von Taldan hin. Wir vertreten die Theorie, dass seine wahre Heimat Opara ist. Die alte Hauptstadt des Großen Reiches. Castruccio lief demnach als Kind über deren Gehweg aus Granit, labte seinen Blick an den goldenen Turmspitzen und Kuppeln und atmete den Geist königlicher Großartigkeit. Okay, hier kriechen die Wissenschaftler dem Erovetto aber ganz schön in den Allerwertesten. Wir nehmen das doch mal mit. Vielleicht spielt das noch irgendeine Rolle. Ein Goblin-Händler haben wir auf der anderen Seite. Okay. Ah, Abenteurer sehen mein Angebot. Neue Ware in neuem Beutel. Alles neu, nur vom Feinsten. Nur ich alt. Geben kein besseres Angebot. Das ist alles wertloser Krempel. Keine große Auswahl für Helden, hä? Knock-Knock beäugt die Waren des Händlers mit offensichtlicher Gier, wendet sich dann aber mit gespieltem Desinteresse ab. Warum wir hier alle angreifen können, ist auch merkwürdig. Zeigt mir eure Waren. Äh, okay. Er hat Waren. Ich dachte kurz, er hätte keine. Preis in absteigender Reihen. Helm des Leitbildes. Plus 5 auf alle Wahrnehmungs- und Wissenswürfe Natur. Zielsicherer Schlag. Orkische Doppel-Achts. Mantel des Löwen. Okay, Metallfresser kennen wir schon. Hier gibt es noch einen interessanten Ring, aber das brauchen wir nicht unbedingt. Helm des Leitbildes. Das müsste ich mir mal angucken, ob das eine Verbesserung ist. Ich gucke mal kurz, für wen wäre das denn eigentlich? Wahrnehmung und Wissenswürfe. Das wäre eigentlich für Ekun, glaube ich, eine gute Sache. Er hat im Moment den Helm des Scharfschützen. Da bekommt er auch Plus 5 auf Wahrnehmung. Hat aber noch tödliche Zielgenauigkeit. Und das zu tauschen gegen zielsicheren Schlag, erscheint mir merkwürdig. Ja, und Wissen Natur ist, glaube ich, eher auch der Beste. Ja, nee. Den Stirnreif setzen wir ihr nicht ab. Nee. Nee, Leute. Keine Verbesserung meines Erachtens. Lassen wir das mal. Mantel des Löwen kommt mir irgendwie bekannt vor. Resistenz-Boh... Das ist schon ganz gut, ne? Besonders gut für Rechtschaffen. Gute Charaktere. Da bin ich natürlich jetzt nicht mehr sicher, wer alles von uns rechtschaffend gut ist. Gucken wir uns das auch nochmal an. Chaotisch gut. Chaotisch böse. Rechtschaffen neutral. Okay. Für ihn wäre das was. Aber den Kräuterkundler-Umhang, den finde ich fast noch besser. Chaotisch gut. Ja, ansonsten, das ist tatsächlich nur Ekun. Nee. Okay. Tut mir leid. Nichts für uns dabei. So, ich glaube, jetzt gehe ich mal hier wieder ein Stück zurück. Meinen Gast aus Geraltorn treffen wir hier. Pietax war schon immer berühmt für sein Wein, aber dieser Jahrgang ist wirklich außergewöhnlich. So, hier haben wir Eimardeschon und Talwin Halmarion. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Okay. Dann. Oh, was ist hier los? Eimardeschon. Inmitten der Frivolitäten des Turniers bemerkst du zwei Männer, die in der Nähe eine hitzige, aber geflüsterte Diskussion führen. Der eine trägt die auffällige Kleidung eines Unterhalters, der andere die Stahlrüstung und den roten Umhang der Wache von Pietax. Es ist schwer zu verstehen, was sie sagen. Okay. Wir könnten... Wir könnten... Ich schleiche mal mit Knock-Knock näher ran, um zu hören, was sie sagen. Obwohl die beiden eng aneinander stehen und ihre Stimmen sich nur gelegentlich über das allgemeine Gelächter und die Musik erheben, kannst du den Rest ihrer Unterhaltung hören. Die Wache tadelt den Unterhalt der Streng. Ich weiß nicht genau, was du vorhast, Eimer, aber ich kenne diesen Blick. Du planst etwas Gefährliches. Das ist der falsche Zeitpunkt. Du weißt, dass er strenger geworden ist, was... Sieh dich um, Talwin, wirft Eimer ein. Diese Feier, erneut nur Blut und Unterhaltung, um die Probleme zu verdecken, und wir haben auch noch beide daran mitgewirkt. Tja, das ist nicht die Zukunft, die wir geplant hatten, aber es ist die, die das Schicksal uns zugedacht hat. Können wir wirklich tatenlos zusehen? Er hebt seine Hand und nimmt eine Pose ein, als wolle er eine kühne Erklärung abgeben. Die Wache hält Eimer am Arm fest und hindert den Unterhalter entschlossen daran, eine Zähne zu machen. Du weißt, wie streng der Richter diese Tage ist. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen und ich würde es nicht ertragen, wenn gute Absichten zu Schaden für gute Leute führen, vor allem wie dich. Ich weiß das wirklich zu schätzen, wirklich. Eimer streift Talwins Hand sanft von seinem Arm. Aber was Pitax jetzt braucht, ist jemanden, der handelt. Und ich werde handeln. Der Unterhalter blickt auf, bemerkt dich, und lächelt, während Talwind die Stirn runzelt und traurig weggeht. Es passiert selten, dass das Leben ein Theaterstück imitiert durchlaucht. Tauchen hier vielleicht Helden auf, gerade als das Volk sie braucht? Oh Leute, gibt es hier möglicherweise eine Rebellion? Oh, Heldentum, genau unser Metier. Seht ihr das Symbol auf unserer Kleidung? Er gehört zum Theater des roten Halbmonds von Pitax. Ein Künstlerkollege. Auf seiner Kleidung, ja. Sie zieht eifrig ihr Tagebuch hervor. Stellt euch vor, welche Geschichten wir zusammenschreiben könnten. Wo ist denn das Problem? Ich kam vor fünf Jahren her. Ich bin König Irovettis Ruf nach Künstlern und Schauspielern gefolgt. Er wollte Pitax zu einem neuen Zentrum der Künste machen. Zugegeben, der König hat viel Geld für den Bau von neuen Theatern und Schulen zur Verfügung gestellt. Aber die Kunst kann nur aufblühen, wenn es Besucher und Förderer gibt, die dafür bezahlen. Einmal rutscht Schnee und senkt die Stimme. Und da hat Irovetti versagt. Der Pitax ist unsere Lebensader, unsere Verbindung zur Außenwelt. Die Flusspiraten wissen das und überfallen arglose Reisende. Man möchte meinen, der König würde diesen Piraten das Handwerk legen und seine Untertanen verteidigen. Aber nein, er schickt nur Geleitschutz, um wichtige Lieferungen zu beschützen. Alle anderen sind den Piraten ausgeliefert. Dieses Turnier, es soll nur verbergen, wie wir unter der Untätigkeit des Königs leiden. Wenn die Soldaten des Königs die Schurken nicht besiegen können oder wollen, was passiert dann in den Geschichten? Er zwinkert und gestikuliert, wissend. Ganz genau, Helden greifen ein. Zahlreiche Opfer haben mir von den Überfällen berichtet und ich habe den ungefähren Standort des Piratenlagers in Erfahrung gebracht. Wenn ihr sie in einen Hinterhalt locken und besiegen könnt, fließt der Verkehr, der Handel floriert und euch ist die Bewunderung von Schiffern, Dockarbeitern, Künstlern und anderen sicher. Natürlich schreibe ich auch gerne ein Stück, eine dramatische Version eurer Abenteurer. Was sagt ihr? Hm, ich habe noch einige Fragen, die ich annehme. Der kluge Protagonist hat immer Fragen. Was wollt ihr wissen? Wie viele Piraten sind es etwa? Die Berichte variieren. Es könnten ein paar Dutzend im Lager sein. Ihr solltet sie also überraschen. Warum hat der König noch nichts gegen die Piraten unternommen? Das ist nicht klar. Vielleicht mangelt es immer an Soldaten. Vielleicht am Willen, die Piraten unbehelligt zu lassen, könnte außer den politischen oder wirtschaftlichen Feinden schaden. Aber zu welchem Preis? Gibt es eine Belohnung? Einmal lacht nervös. Der Begriff brotlose Kunst war ein Teil Dauer an der Tagesordnung. Vielleicht kennt ihr ihn nicht. Ich habe wenig Geld, aber ich kann euch helfen, die Bewunderung der Leute zu gewinnen. Und ich weiß, dass sich unter den Requisiten des Theaters einige magische Gegenstände von echtem Wert befinden. Vielleicht kann ich euch damit ködern. Nun gut, weiß ich wirklich genug. Ich würde sagen, ja, wir nehmen an. Auch wenn wir uns natürlich jetzt hier in innenpolitische Dinge des Königs mischen. Aber Willen sonnt sich gerne im Glanz von Heldentaten seiner Gruppe und liebt es, wenn die Leute ihn anhämmeln. Und er sieht hier tatsächlich die Gelegenheit, diesen merkwürdigen König Pitax, ja, sozusagen auf eine gewisse Art irgendwie eins auszuwischen, indem er ihn übertrumpft. Indem er zeigt, wie man mit solchem Gesindel umgeht, selbst in anderen Königreichen. Hm, mal gucken. Wir müssen ihm das ja noch nicht gleich auf die Nase binden, dass wir das tun. Aber ich denke, ja, wir nehmen an. Eimer grinst erwartungsvoll. Dann sind wir uns einig. Ich schreibe rasch die Wegbeschreibung auf. Wenn ihr fertig seid, sucht mich in Pitax auf und berichtet mir alles. Der Magistrat wird gewiss auch froh sein, wenn er keine Beschwerden über Piraten mehr hört. Er zieht eine Schriftrolle aus einer Röhre. Ich hoffe, ihr kommt rechtzeitig zurück, um meine neueste Produktion zu sehen. Apropos, ich fürchte, ich komme zu spät zur Probe. Ach, aber hier eine kleine Vorschau. Weidmannsheil. Okay, wir haben Tränen, wangen der Himmel an Auszupen. Vermutlich eines Theaterstückes. Und die Pitax-Flussbiegung wurde enthüllt, da wo die Pirate sind. Hm, hm. Okay, Gesetz des Flusses ist die Aufgabe. Die Flusspiraten machen Bewohner von Pitax das Leben schwer. Heimat der Dramaturg und Patriot hat uns von einem Lager der Piraten unweit von Kleinheim erzählt. Wir sollten den Piraten dort eine Lektion in Sachen Recht und Gesetz erteilen. Okay, und was hat er uns hier gegeben? Tatsächlich ein Auszug aus einem Theaterstück. Wir lesen das mal ganz kurz vor, wie er so tickt, was er so schreibt, ob sich das wirklich lohnt. Innen Schlosssaal nach. Der fette Herzog geht unruhig auf und ab und blickt immer wieder nervös zu einem Fenster. Draußen brüllt eine Menge. Der Narr setzt sich auf den Boden und beobachtet den Herzog besorgt. Der Narr öffnet den Mund, um tröstende Worte zu sprechen, schreckt dann jedoch zurück, als der Herzog den Narren gereizt ansieht. Zorn, Hass, Galle und Gift schreien sie unten. Welch Schurke muss ich sein, solch Abscheu zu verdienen? Der Narr durchlaucht, protestiere ich, armer Narr, ich schwör's. Die Leute preisen euch, nur ohne Heiterkeit. Nicht eure Taten bringen Tränen, ach, in ihre Augen, nein, sie ehren euch mit buntem Regen aus Konfetti. Fragt euch durchlaucht, wessen Politik sie wohl beklagen. Ein Name, o Herzog, den von König? Aha, lasst rufen, mein besten Ritter, brennen soll sein Schwert vor heißem Recht, vor glühender Gerechtigkeit. Na, durchlaucht, darf zu protestieren bescheidliches Wagen? Sprich, na, der Krieger, den ihr für den Besten haltet, sein Edelmut ist der betrunkener Wölfe, die des Hirten Herde voll verfolgen, die Lippen sich leckend und sagen, sie geiferten nur aus Sorge um die Schafe. Na, was weißt du von Gesetzen, Ländern und Schiffen? Das Wort und die Gunst des Königs hat dieser Ritter, und du wagst es, eines Soldaten wert zu beurteilen? Der Herzog hebt eine Hand, um den Narren zu schlagen. Na, keine Ehre fordert er, wenn unschuldige Köpfe rollen, und euer Ritter hört Schmerzensschrei und Lachten nur vergnügt. Humor ist kein Verbrechen. Nein, kein Verbrechen, es sei denn, der edle Ritter spuckt Met vor Lachen um euer Durchlauchtumfang. Für wahr, hol meine Klinge und mein Kürass nahe und diene als knappe mir für meine durstige Rache. Der Herzog greift zornig nach seinem Schwert, um den Ritter zu finden, der Nar eilt ihm mit einem Brustpanzer in der Hand hinterher. Hm, okay, also wir haben einen sehr, sehr merkwürdigen, etwas lächerlich dargestellten Herzog, ein Narr, der manipulierend tätig ist. Was, wie steht das im Verhältnis zu den Dingen hier? Ich weiß es nicht. Will uns der Autor damit was sagen? Ich weiß es nicht. Wir sprechen hier nochmal mit dem betrunkenen Rüpel, der uns direkt hier anspricht. Was, 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 was geht hier los? Ein junger Mann stolpert auf dich zu, sein teures Wams mit Wein durchnässt. Im Vorbeigehen rempelt er dich an und brüllt mit alkoholgeschwängertem Atem. Pass doch auf, für wen hältst du dich, du Schwein? Du bist mir auf den Fuß gestiegen und hast mein Wams ruiniert. Tix, ich werde dich, ich verlange Satisfaktion. Okay. Äh, hm. Wir könnten einschüchtern, wir könnten blöffen. Ich würde sagen, wir blöffen, das passt ganz gut zu. Mailen, Moment, ist da drüben Anamede Bilavara? Und es sieht aus, als würde sie euch rufen. Was, ehrlich, wie, oh, oh, wie sehe ich aus? Schnell, jetzt bin ich vorzeigbar. Puh, gut, Anamede, meine Herzen, ich komme sofort. Ja, alles klar, wir wollen hier auf keinen Fall ein Gemetzel. Ich meinte, wir hätten den mit Leichtigkeit hier in die Schranken weisen können. Aber nein, nein, das wollen wir nicht. So, liebe Leute, hier ist der nächste Händler. Irgendein magischer Händler. Hm. Und mit dem werden wir das nächste Mal, denke ich, sprechen. Und dann den weiteren Ort hier, die weiteren, das weitere große Gebiet der Sturmlichtfelder erkunden. Und vermutlich dann auch irgendwie in die Nähe des Turniergeländes kommen. Denn hier scheint es sich erstmal so um die üblichen Zelte von Gauklern, Händlern und so weiter zu handeln. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinball. Also, bis zum nächsten Mal.